Ei, gute wie, Hofbergmann 1.5 im LS22. Der Jo mal wieder am Start. So, ja, ich bin immer noch fleißig am Ballenpressen, aber es geht voran. Warte mal, wenn ich hier gerade warte, bis die fertig gewickelt ist, dann können wir die hier gleich liegen lassen. Das stört sie nicht. So, wunder, wunder, wunderbar. Geht ihr auch manchmal in die Wunderbar? Ich habe gehört, da kann man wunderbar einen trinken gehen. Ich bin mir sicher, dass es bestimmt irgendeinen Laden gibt, der tatsächlich so heißt. Oder kennt ihr das auch, die Friseurläden, die dann immer diese voll cool, hippen, lustigen Namen haben? So was wie Schnittchen. Oder was habe ich noch alles schon gesehen? Herrlich. Und ach. Ich weiß nicht. So viel Zeug kann man doch gar nicht rauchen, um auf so einen Namen zu kommen, oder? Ich weiß nicht. gas so hier haben wir auch ein bisschen was liegen lassen also mir scheint es fast so dass die schwad ein klein bisschen breit für die presse geworden ist guck mal hier liegen grümmel jarum immer gerade noch mit da haben wir grümmel jar in der bahn die wir gerade hochgefahren sind ich meine ja wenn so ein bisschen kram liegen bleibt ist nicht so schlimm da dritt sich fest das wird glaube ich beim striegeln geht da glaube ich dann kaputt oder so irgendwas war da aber wenn es halt möglich so viel ist finde es halt schon da verschenkt man dann nachher einen halben ballen oder so gerade wenn einem die presse gehört ich meine hier ist egal wenn nachher ein halber ballen da dann den kriegen wir eh nicht aus der presse raus da hätten wir jetzt eh nichts von gehabt aber wenn es die eigene presse ist nimmt man das material ja trotzdem mit die 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 habe ich denn wo ich habe noch ein ballen drauf war doch mal den legen wir hier schon mal ab ich meine ein richtiger landwirt kann natürlich nicht so einfach in die außenperspektive gucken wie hatten der das ist dann an der presse eine kamera dran dass er sieht oder hinten ist ein ballen und er hat halt hier irgendwo keine ahnung vielleicht auf dem display dann das kamera bild und kann da gucken okay ist fertig ich kann knöpfchen drücken zum ausgeben oder sieht man es vielleicht in wirklichkeit im spiegel besser oder whatever vielleicht sind ja ein paar echte landwirte dabei schreibt man in die kommentare wie wie ist denn das da eigentlich ich weiß nur wenn wenn opa ballen gepresst hatte das waren das waren hd ballen und da sind mir auch immer neben der presse quasi mit her gelaufen und opa selber hat nur geguckt dass er die bahn erwischt das war meine ich auch die war glaube ich seitlich versetzt der ist glaube ich nicht mittig über die schwart gefahren sondern erst neben der schwart gefahren wenn ich mich recht erinnere und auf jeden fall wie gesagt sind wir neben hinten dran her gelaufen und wenn sich jetzt dann halt an der presse irgendwie was verkeilt hatte oder so dann wurde halt laut geschrien und wild gewunken dass er mal halt macht weil er das von vorne halt nicht mitbekommen hat aber da ja inzwischen die technik deutlich weiter ist könnte das ja sein dass da irgendwie mit einer cam überwacht wird könnte ich mir gut vorstellen das waren auch bei opa das waren das waren sogar richtig kleine ballen also die hd ballen hier die wir im spiel haben würde ich sagen die sind doppelt so groß wir haben ja mal im lager hatten wir ja die maße hier genau 120 lang sind die und die vom opa das könnte vielleicht sein dass die nur 60 lang waren dass das genau die hälfte war 45 35 das könnte sogar hinkommen so grob geschätzt auf jeden fall waren die nicht so nicht so länglich wir wie die hier im spiel das war auf jeden fall ein anderes maß gesagt kann sein dass es vielleicht 60 war dass die einfach halb so lang waren aber ja ich kann ob er nicht mehr fragen er lebt ja nicht mehr der hätte es bestimmt gewusst noch ist man auf ballen zähler gleich gucken wie viel ballen wir hier schon zusammen haben 18 stück schon trotz dass das die 150er sind ach ja ich muss im wickeltisch leer räumen natürlich 18 ballen schon ja wahnsinn das heißt jetzt einer mehr jetzt immer schon bei 19 so tisch wird leer geräumt spät gebremst aber das kenne ich ja habt ihr ja vielleicht letzte woche auch mitgekriegt hatte ich mal ein acc video hochgeladen ich versuche mich ein bisschen so am rennauto fahren aber ich muss aber auch gerne mal dass ich zu spät bremse da muss ich noch ein bisschen üben aber ich muss sagen also hier assetto corsa competizione es macht schon spaß und das video was ich hochgeladen hatte war ja meine beste runde also jetzt hier bis zur aufnahme ist es auch tatsächlich immer noch die beste runde die ich auf monster je gefahren bin also ich hatte schon die ein oder andere runde wo ich das gefühl hatte so vom aussehen her dass ich noch die strecken breite ein bisschen besser ausgenutzt habe aber es war eine langsamere zeit rausgekommen ich habe noch eine hintere auf dem tisch dann lass uns mal eine schlenkerle fahren die legen wir hier an den rand dass er uns im wende manöver nicht ganz so viel stört dann legen wir die da gerade noch mit dazu dann haben wir erst mal wieder die maschine frei gut passt 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 so dann können wir hier das vorgewöhnende fertig machen und dann wie gesagt wenn ich dann die langen bahnen nur noch fahre ach pick up senken ich hatte ja natürlich die pick up angehoben dann muss ich sie auch wieder senken aber wenn wir dann die langen bahnen hier hin und her fahren dann geht das ja alles schneller dann sag ich auch ballen automatisch abheben abheben ablegen tu schon mal den ballen vom konto abheben ja soll ich nur einen oder soll ich zwei ballen abheben ne mach nur einen sonst kriegen wir so wenig zinsen oh gott jetzt muss ich den jungen zuglauern erklären was zinsen sind gibt es ja heute nicht mehr wissen die gar nicht früher hat man sein geld zur bank getragen also das macht man ja heute auch noch so aber früher hat man es dahin getragen und die bank arbeitet mit dem geld ja so verdienen die ihr geld und aus dank dass du denen ihr dass du denen dein geld da zur verfügung gestellt hast haben die dir dann zinsen gegeben also dein geld wurde mehr irgendwann haben die banken das wohl nicht mehr richtig geschissen gekriegt weil sie sich zu oft verschätzen oder den hals nicht voll genug kriegen und haben gesagt hey wir arbeiten immer noch mit deinem geld aber du kriegst da nichts mehr für das bleibt jetzt genauso viel wie wenn du es ins kopfkissen stopfst so war das früher also einfach mal hier zinsen bei google eingeben dann wird das auch nochmal genauer erklärt so lehrauftrag erfüllt ja fast gesagt so gut wie ich so sachen erklären kann ich könnte ja bei funk anfangen aber meine meine zuschauerschaft ist da zu alt für ich habe neulich mal in die statistiken reingeguckt also wenn die stimmen ja dann wird das mit funk definitiv nichts ich meine klar bin dafür wäre ich sowieso zu klein aber das ist ja sag ich mal die unter 30 zuschauer gruppe die da angesprochen werden soll und ja bei mir war die die größte gruppe war so irgendwie bei mitte 30 oder so wobei ja halt auch immer die frage ist ob alle ihr echtes geburtsdatum oder ihr echtes alter da auch wirklich bei google angegeben haben und vor allen dingen was mir aufgefallen ist es schauen auch nur männer zu 100 prozent männliche zuschauer kein weiblicher zuschauer und falls doch dann ist es wahrscheinlich wegen rundung dann hier 99,995 prozent männer oder so und deswegen wird es dann halt auf 100 prozent gerundet dabei wissen wir doch dass es zumindest auch viele weibliche spieler im ls inzwischen gibt aber entweder spielen die nur selber und gucken mir nicht zu oder wenn sie zu gucken gucken sie halt doch lieber anderen zu hübscheren menschen oder so irgendeinen grund muss es ja haben aber ja wenn ich mir so anschaue wie oft der ls über meinen partner code bestellt wurde muss ich mich ja eh fragen ob ich noch lange weiter ls mache denn das interesse scheint nicht so da zu sein wir können dann ballen auswerfen so gut haben wir hier noch ein bisschen grimmel gesammelt viele liter waren es jetzt tatsächlich nicht also das kann ich mir tatsächlich sogar sparen gut und dann würde ich sagen wir machen die bahnen von oben nach unten damit wir dann noch dran denken weil was mehr in den augen haben dass da unten ja auch noch weitere kleine bahnen sind den kleinen ausschwenker lief so hier müssen wir wieder anhalten kurz also vorwärtsgang hatte ich schon wieder drin und dann drücke ich jetzt hier automatisch ablegen macht das schon direkt ja macht das schon direkt gut das funktioniert also vielleicht fahren wir noch ein bisschen mittiger auf das schwarz bleibt da auch hoffentlich weniger liegen denn wenn jetzt hier die ballen in der bahn noch liegen dann werden wir dann nicht mehr so wirklich großartig da rein fahren können aber das schöne ich kann jetzt hier zwischendrin mehr gas geben ich weiß es gibt auch eine mod dass die ballenpresse automatischer langsamer wird und so weiter aber irgendwie ich mag das nicht wenn das so automatisch passiert ich mach das lieber selber auch wenn ich dann manchmal ein paar meter rückwärts wieder fahren muss weil ich zu spät gemerkt habe die presse ist voll aber ich mach das lieber selber ich bin da nicht der freund von von so einem automatismus so wenn ich durchfahren will ohne was machen zu müssen dann hole ich mir eine quaderballenpresse so ist es so ist es und nicht anders so aber guck mal hier jetzt das vorgewände ist halt ein bisschen quälerisch aber jetzt geht das doch hier ratzefatz voran müssen nicht mehr darauf achten wann wann den ballen runter werfen müssen weil die automatik ja das ist natürlich ganz ganz schön wie gesagt im vorgewände will ich das auch nicht haben damit die ballen nicht irgendwo liegen wo sie mich im wende manöver dann stören ich muss ja hier noch platz haben von der einen bahn in die andere bahn zu kommen deswegen lege ich da die ballen dann doch lieber selber gezielt ab aber hier in den bahnen drin dann in langen da stört es ja nicht mehr ja 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 ballen voll dann muss ich erstmal hier kurz stehen bleiben ich muss mich doch nur ich muss mich doch mehr auf aufs spiel konzentrieren sonst fahr ich wieder ewig lang rückwärts bieb 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 da haben wir es so da müssen wir nur einen kurzen stich zurück so ja geht doch gut voran ich denke die andere wiese die werde ich dann zwischen den folgen machen ich dann halt mal gucken wir haben jetzt gleich halb 2 gucken wie lang es dauert ob ich dann heute noch weitere folgen hinkriegt oder ob ich dann die tare erst die nächsten folge aufnehmen kann aber dann haben wir zwei folgen ballen pressen ich denke das reicht ihr wollt ja nicht hier wochenlang nur ballen sehen wir müssen danach ja noch die ballen durch die gegend und so weiter und so fort also wir haben dann ja eh noch zu tun lassen wir mal gucken wie viel haben wir denn 31 stück haben wir schon wieder da kommt doch schon gut was zusammen hey wie gesagt die silage selber brauchen wir gar nicht wir haben ja in unserem fermenter silage drin das heißt die ballen das geht alles in den verkauf da werden wir ein bisschen geld wer weiß mit ein bisschen glück was was kostet die kompostierungsanlage könnte das die kompostierungsanlage schon sein 166.000 167 sagen wir mal gerundet ja das könnte vielleicht die beiden wiesen zusammen das müsste doch reichen oder das könnte dann die kompostierungsanlage sein da hätten wir die doch wunderbar finanziert und ich meine kleiner vorteil natürlich auch dadurch dass ich ja jetzt zwei tage pro monat habe habe ich natürlich auch mal zwischendrin Zeit dass ich auch mal eine mission machen kann ich will jetzt trotzdem nicht hier der große lohner sein der jetzt nur missionen macht oder so aber dass man dann so ein oder zwei missionen im monat dann auch mal macht das finde ich okay die zeit vorher war es halt zeitmäßig tatsächlich ja dann wäre du musst den kram zu einer station bringen die dann kurz vor öffnungszeit ende ist oder sowas jetzt mit den zwei tagen pro monat da sollte sich das auch eher wieder einrichten lassen denn wie gesagt wir werden hier ja bis ich die ballen alle weggeschoben habe vielleicht schaffe ich striegeln noch im april eins und dann hätten wir im april zwei quasi ja nicht mehr wirklich viel zu tun und selbst wenn es striegeln dann im april zwei erst ist ja das macht man morgens und dann hätte man mittags nachmittags zeit für so ein für so ein aufträgelchen das sind zumindest auch wieder ein paar kleine zusatzeinnahmen so die großen langen bahnen haben wir jetzt müssen wir hier unten noch das bisschen ja das machen wir auch noch rein dann dann sehen wir in der folge noch wie viele ballen das jetzt hier auf der wiese geworden sind dann stelle ich den tageszähler zurück wir haben hier zwei anzeigen tageszähler und gesamt und dann stelle ich den tageszähler zurück dass wir da dann genau sehen können wieviel auf der zweiten wiese dann eben dazugekommen sind und sehen im gesamtzähler wieviel beide wiesen zusammen waren so momi dat soo da haben wir jetzt noch die bahn und hier noch so ein bisschen reste aufsammeln reicht dat noch für den 37 ballen ne also es bleibt hier bei dem feld bei 36 ballen plus natürlich ja etwas über halb volle presse schon so die krümel haben wir mit gesammelt sehr schön so dann das aus das darüber und dann stellen wir hier wie gesagt den tageszähler stellen wir auf null und der gesamtzähler der geht ja trotzdem weiter und ja dann gehe ich mal die andere wiese pressen vorher kann ich den hier gerade zusammen klappen für den transport und ja ich bin mal gespannt wieviel auf der anderen wiese zusammen kommen ich sage danke fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal wieder habt noch einen wunderschönen tag daumen kommentare nicht vergessen und ciao ciao